Erst wurde diskutiert, dann werden die Interessen durchgeboxt. Aus der Debatte im ukrainischen Parlament um ein Energie- und Militärabkommen mit Russland wird eine Saalschlacht. Unmittelbar vor der Aussprache fliegen im Plenarsaal Eier auf Parlamentspräsident Litwin, der sich hinter zwei Regenschirmen verschanzen muss. Trotz der Tumulte erzwingt er die Abstimmung und das Ergebnis passt wohl vor allem der Opposition nicht. Die russische Schwarzmeerflotte darf bis 2042 auf der ukrainischen Krim bleiben. Die Ukraine erhält im Gegenzug einen Rabatt von umgerechnet 30 Milliarden Euro auf Energielieferung. Aber da spielen einige Volksvertreter nicht mit. Plötzlich fliegt eine Rauchbombe durch das Hohe Haus in Kiew. Kurze Zeit später wird eine zweite gezündet. Die Rauchmelder lösen Feueralarm aus. Die Abgeordneten aber sind unbeirrt. In dem Chaos setzen sie ihre hitzige Debatte einfach fort.